Wenn man wissen möchte, wohin sich der Aktienmarkt entwickelt, da muss man sich die Unternehmen ganz genau anschauen, die in den Indizes besonders hochgewichtet sind. Deswegen werfen wir heute einen Blick auf Microsoft, auf Apple und auf Nvidia. Gibt es hier Anzeichen für eine große Korrektur? Wir sprechen darüber und legen los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen gleich auf, selbstverständlich in Reihenfolge, Ehre wem Ehre gebührt. Microsoft, mittlerweile das größte Unternehmen auf der Welt, auf Apple und auf Nvidia und machen uns ein Bild davon, wie die Aktien in den nächsten Monaten wahrscheinlich laufen werden bzw. welche Korrektur Gefahr besteht. Vorerst eine kurze Meldung. Nächste Woche werde ich für einen Emittenten ein Webinar geben, ein kostenloses Webinar. In der übernächsten Woche ein weiteres für einen anderen Emittenten. Hier nichts mit groß ein-cashen, sondern meine Währung, mit der ich bezahlt werde, ist Aufmerksamkeit. Meine Hoffnung dahinter, wenn ich also solche Webinare gebe, ist, da ist jemand aus einer anderen Community, zu dem spreche ich dann und der sagt, na, dann gehe ich vielleicht auch zu dem Eherigsten. Also, hier werden keine Gelder bezahlt, sondern beide erhoffen sich, dass man so ein bisschen aus der eigenen Bubble rauskommt. Meine einzige Verhandlungsposition bzw. meine einzige Forderung, wenn ihr so wollt, ist, ich darf über die Themen sprechen, die mich interessieren. Ich möchte keine Vorgaben von einer Gold-Plattform, die mir dann sagt, na, dann lassen Sie aber nur Gold und Silber sprechen. Wenn ich das interessant finde, okay, wenn aber nicht, ja, ich sage dann auch genügend ab. Da habe ich jetzt mal zugesagt, warum ich erzähle euch das alles, weil ich genau solche Termine bei mir auf LinkedIn bekannt gebe. Hier zum Beispiel am 2.6. habe ich beim Finale der Börsenshow von Aktienlust teilgenommen. Und es geht einfach nur darum, dass ihr wisst, dass diese Themen dann dort sind. Das heißt, da mache ich diese Ankündigung, da sage ich auch, wenn es Aufzeichnungen gibt. Und wenn ihr noch nicht bei LinkedIn seid und ihr sagt, ich habe sowieso genügend Smartphone-Apps, das ist ja so ein richtig altes Wort gewesen, also genügend Apps auf meinem Smartphone, ja, dann meldet euch nicht meinetwegen auf LinkedIn an. Das möchte ich gar nicht. Aber viele von euch sind ja schon dort und möchten diese Ankündigungen nicht verpassen. Und deswegen, wenn ihr wollt, ihr könnt mir dort gerne folgen. Wir können uns auch connecten, unser Netzwerk erweitern. Aber das mache ich eben sehr gerne auf LinkedIn. Das heißt also, das sind Ankündigungen und das ist Content, den ich nicht hier auf YouTube rausgebe, beziehungsweise ich kann ja nicht immer hier dann noch einen Link reinballern und noch was und noch was und noch was. Also ihr wisst, was ich meine. Nutzt die Möglichkeit gerne auf LinkedIn, das ist ja auch nicht zu aufdringlich. Man kann nämlich dann einstellen, ob man von demjenigen dann eine Nachricht bekommt oder nicht. Ihr müsst ja nicht den ganzen Tag immer durchscrollen. Hoffentlich gibt das jetzt kein Ärger mit Microsoft. Den gehört ja schließlich LinkedIn. Gar keine so schlechte Überleitung, müsst ihr zugeben. Also wir sehen uns auf LinkedIn, wenn ihr denn schon dort seid. Microsoft ist mittlerweile das größte Unternehmen der Welt und profitiert quasi von allen Trends gleichzeitig. Und ich lasse jetzt mal den 10-minütigen, anekdotischen Teil weg. Diejenigen, die drunter schreiben, sind zu lang, die Videos. Es sind weniger, gebe ich zu. Aber darauf müssen wir jetzt heute verzichten. Denn jeder hat seine Windows 10 und Windows Vista ganz furchtbar. Jeder hat seine Windows-Erfahrung und jeder hat damals gesagt, Microsoft, die gibt es bestimmt nicht mehr in 20 Jahren. So was Anstrengendes. Und dann allein schon Teams. Wir sind quasi die Testimonials bei neuen Produkten von Microsoft. Das ziehen die knallhart durch. Aber es funktioniert. Und sie haben eine ganz wunderbare Cloud-Sparte mittlerweile. Und sie haben darüber hinaus auch noch ihre Beteiligung an OpenAI. Und das Geschäft von Microsoft läuft Quartal für Quartal ganz hervorragend. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, all diese Werte sind ja ein bisschen teurer geworden. Das sind sie. Aber wir sind noch weit von einer Blasenbildung entfernt. Natürlich schaut man auch auf die technische Lage. Das heißt also, die Markttechnik, wie entwickelt sich der Kurs, ist das vielleicht ein abschwächender Trend. Aber für einen langfristigen Investoren kann man nur sagen, es gibt eigentlich, wenn man denn investiert sein möchte in dieser Einzelaktie, keinen Grund auszusteigen. Hier auf Seeking Alpha sieht man jetzt mal, und das ist natürlich, das sind die erwarteten Price Earnings. Und wenn man sich das anguckt, Jahr 42 ist angesichts des Wachstums relativ hoch. Wenn man sich allerdings die Estimates, also die Schätzung für die nächsten Jahre anschaut, dann sieht man auch, wie bezogen auf den aktuellen Kurs von 413 US-Dollar diese Estimates deutlich sinken. Und das ist letztlich das Kurspotenzial. Rund um diese Marktstimmung wird der Kurs mal deutlicher steigen oder auch mal deutlicher korrigieren. Nur diese Estimates zeigen eben auch ein deutliches, immer noch, obwohl man das größte Unternehmen auf der Welt ist. Es ist ja etwas ganz anderes, ob ein kleines mittelständisches Unternehmen zweistellig im Jahr wächst oder das größte Unternehmen auf der Welt. Das ist unfassbar viel Cash, was da reinkommt. Und das ist auch nicht unbedingt mit früheren Zeiten zu vergleichen. Ihr wisst, ich habe auch schon Videos darüber gemacht, die Nifty Fifties, die galten mal so, die IBM und Xerox und so weiter, wo man gesagt hat, um die kann man sich eigentlich nie Sorgen machen. Die werden immer so weiter wachsen. Aber deren Marktstellung ist nicht zu vergleichen mit der Marktstellung der großen Unternehmen heute. Das muss man so klar sagen. Und deswegen, wahrscheinlich wird das PI, also das KGV von Microsoft nie auf 22 sinken, weil vorher der Kurs steigt. Mir fällt also keine bärische Variante ein, hinsichtlich der fundamentalen Entwicklung, dass der Kurs sich mal von den vernünftigen Bewertungskennzahlen zu weit entfernt zur Oberseite. Das wird dann zu Korrekturen führen. Aber fundamental läuft es einfach zu gut und alles andere muss man sich momentan noch ausdenken. Also sagen ja, irgendwann wird das Geschäft mal nicht so gehen, weil und dann kann man sich natürlich seine eigenen Theorien basteln. Aber bis dahin müssen wir davon ausgehen, es gibt zumindest mal auf Sicht von zwei, drei Jahren recht wenig, was einer Microsoft etwas anhaben könnte. Und wenn wir uns den Kurs anschauen, ja, deutlich gestiegen. Und ich habe hier bewusst mal, das macht man bei einem Retracement, das letzte markante Tief genommen. RSI ist ein Indikator, der beschreibt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist, ist ziemlich genau in der Mitte. Das heißt also, wir haben aufgrund der Tatsache, dass Microsoft seit Anfang 2024 ja gar nicht durch die Decke gegangen ist, ist es sehr viele, die momentan ein bisschen skeptisch sind. Wahrscheinlich, weil der Markt nicht einfach weiter steigt. Aber das ist ja eigentlich was Gesundes. Also es ist ja nicht so, dass die Indizes in diesem Jahr durch die Decke gegangen wären. Im letzten Jahr durchaus. Und das hängt noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass man sagt, na, irgendwann mal, ja, irgendwann mal. Aber wenn wir uns das längerfristig anschauen, dann ist natürlich die Microsoft deutlich gestiegen. Nur in diesem Zeitraum, ja, wie gesagt, ein Retracement legt man am markanten Tief an, seit 2020 hat die Aktienanstieg um 200 irgendwas Prozent gemacht. Sie ist aber deshalb nicht teurer geworden, weil die Ergebnisse extrem gestiegen sind. Das heißt also, das Cloud-Business läuft sehr, sehr gut. Und unter dem Aspekt, Microsoft, können wir einen Haken drunter machen, könnte es theoretisch mal eine Korrektur geben in Richtung 370 US-Dollar? Ja, könnte es. Allerdings belasse ich mal, ich glaube, ich werde heute im Titel auch mit Kurszielen arbeiten, würde ich sagen, Kursziel, der auf die Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate 500 Dollar oder drüber. Punkt. Lasse ich einfach mal so stehen. Nächster Wert. Eine Apple. Apple ist ein bisschen schwieriger, weil das Geschäft von Apple sich nicht so gut entwickelt hat. Insbesondere ist das Wachstum viel, viel schwächer als bei den anderen Großen. Die Marge ist super, das Servicegeschäft ist super, aber Apple ist das schwächere Unternehmen im Vergleich zu Microsoft. Und da sollte sich niemand auf die Füße getreten fühlen, sondern sich einfach die Zahlen anschauen. Der Gewinn pro Aktie ist deutlich gestiegen. Das liegt daran, dass man die Aktie zurückgekauft hat. Ich weiß, dass Warren Buffett ganz groß in Apple drin ist und es ist auch vollkommen in Ordnung. Nur man kann sich natürlich einfach mal an den Zahlen orientieren und das organische Wachstum von Apple war viel schwächer. Dann setzt man einen Punkt und dann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ja, aber sie könnten ja und das könnten sie zweifellos. Sie haben unglaublich viel. Sie werden ja gar nicht als AI Wert, als KI Wert wahrgenommen. Sie haben wahnsinnig viel investiert. Aber aus einer solchen Lage heraus kannst du natürlich mit so vielen zufriedenen Kunden und die sind letztlich die Basis für diese wahnsinnigen Margen im Servicegeschäft, kannst du natürlich auch Sachen verkehrt machen. Das muss man ja auch sagen. Insofern die Politik der ruhigen Hand, ja, wenn das eben mal eine schlechte Zeit für dich ist, dass dein Kurs unter dem Strich seitwärts läuft, dann ist das so. Und wenn wir es, und das sollte man einfach auf Sicht von einigen, wenn wir darüber nachdenken, wo steht Apple in zehn Jahren, müssen wir uns beinahe ausschließlich fundamentale Gedanken machen. Da hilft uns die Markttechnik dick weiter. Aber wenn wir uns darüber Gedanken machen, und darum geht es ja heute, wohin bewegt sich der Markt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, sagen wir erst mal bis Jahresende, dann brauche ich selbstverständlich auch die technische Analyse. und lasst mir die 30 Sekunden immer wieder festzustellen, dass ich mir vor zehn, vor zwölf Jahren, seitdem mache ich YouTube, hinter jedem Video mir jemand geschrieben hat, totaler Humbug. Heute ist aber mittlerweile durchgedrungen, dass Stapes, Warren Buffett hat es mal gesagt, die haben Leute, die beim Einstieg darauf gucken. Die großen Investmentpanken gucken darauf. Warum? Weil Chart ja nicht einfach irgendetwas ist, sondern Chart ist ja auch ein Stimmungsbild. Chart ist ja auch Momentum. Und wenn dieser Markt nun mal eins ist, dann ist es ein Momentum-Driven-Market. Ist nun mal so. Und von daher ist Chart-Technik hat gar nichts mit Kaffeesatzleserei zu tun, sondern damit, dass man sich am Preis orientiert, wenn man über Einstiege und Ausstiege nachdenkt. Das, was wir hier sehen, könnte theoretisch zu einer größeren Korrektur führen, wenn das so weiter ginge wie jetzt in den letzten Monaten. Aber ich habe mehr Freude daran und ihr glaube ich auch, wenn ich mich festlege. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal einen Rücksetzer um 10, 12 Dollar sehen. Ich glaube nicht, dass wir hier unter 150, 160 Dollar sehen. Apple hat eine recht ausgeprägte Saisonalität. Dies allerdings beginnt jetzt. Auf Sicht der nächsten sechs bis acht Wochen ist Apple in vergangenen Zeiträumen, insbesondere in Wahljahren, und so genau kann man eine Saisonalität einordnen. Immer gut gelaufen. 90 Prozent, also neun von zehn Malen in den letzten zehn Jahren. Daraus ergibt sich jetzt keine Notwendigkeit, dass es jetzt wieder so ist. Das ist einfach nur ein Hinweis für euch. Von daher bin ich für Apple bullisch. Und wenn wir über konkrete Kursziele sprechen, würde ich sagen, dass Apple im Verlauf der nächsten Monate weniger dynamisch als andere Werte, aber auch steigen sollte Kursziel meines Erachtens zwischen 220 und 240 bis 250 US-Dollar bis Jahresende. Punkt. Und da gucken wir drauf, Jahresende, und wenn Apple dann bei 115 Dollar steht, dann wird es langfristige Investoren nicht interessieren. Die benutzen so ein Setup sowieso nicht. Wenn die sagen, ich bin langfristig drin, ja, dann nutzt man ja Schwächephasen. Und alle anderen haben, falls sie darauf reagieren wollten, das ist hier nämlich gar nicht meine Intention, sondern ich teile nur meinen Standpunkt mit euch. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht. Alle anderen haben dann selbstverständlich einen Stopp gesetzt. Vielleicht haben sie ja 0,5 oder 1 Prozent ihres für die aktive Anlage zur Verfügung Kapitals, stehende Kapitals verballert. Kann passieren. Aber, wie schon gesagt, es ist lustiger und erhaltsamer, wenn ich euch mein Kursziel nenne und es ist ja durchaus ernst gemeint. Ich habe übrigens aktuell keine Position in weder im Derivaten noch direkt in der Aktie in Microsoft oder in Apple. Ich bin via ETFs auf zwei, fast dreifache Weise in den Werten auch investiert, aber da sie eine ähnliche Chartlinge haben, ich versuche natürlich dann, wenn es um kurzfristigere Aktionen geht, das noch besser zu timen als könnte 10 Prozent fallen oder könnte 20 Prozent steigen. Das ist aber dann aktive Anlage. Hier geht es mir jetzt darum, die Marktstimmung und die Marktrichtung für die nächsten Monate zumindest mal in der Grundlage zu besprechen. Und dann haben wir noch Nvidia und ich mache es mal so richtig kurz. Das Gefühl ist halt bei vielen Anlegern, das merke ich auch, habe ich auch gestern im Leserwebinar bei den Renditespezialisten bei einigen Fragen gemerkt, wenn ein Wert deutlich steigt, dann muss er irgendwann mal korrigieren, weil er deutlich gestiegen ist oder weil die Bewertung deutlich gestiegen ist und das ist die Bewertung von Nvidia und das ist natürlich beinahe Wahnsinn, wenn man sagt, die Aktie war hier im Oktober 22, war sie bei 113 oder es hat sich verzehnfacht und dann zu sagen, die Bewertung ist kaum gestiegen, ist aber so, weil die Ergebnisse so unfassbar schnell sich entwickelt haben. Von daher, wenn ich mich heute entscheiden müsste, ja, für den, das ist jetzt einfach nur ein Bauchgefühl und ich kann es nachvollziehen. Wir schauen uns den Nvidia-Kurs an, machen Sie mal ein bisschen, dass wir jetzt einfach nur die letzte Rallye nehmen und wir schauen uns gleichzeitig einen anderen AI-Wert an wie C3AI und aus dem Bauch heraus ist es völlig natürlich, dass man hier bei dieser Aktie sagt, naja, aber eigentlich hier könnte doch noch ein bisschen mehr kommen. Die anderen sind ja schon so wahnsinnig gut gelaufen, naja, und C3AI steht ja heute viel tiefer als 2021. Daraus ergibt sich manchmal das Gefühl, hier sei dann mehr Potenzial. Diese Aktie ist aber, und das ist keine Verkaufsempfehlung, sondern einfach nur ein Hinweis. Ich bin nicht investiert und ich werde sie garantiert auch nicht kaufen, auch wenn sie vielleicht mal charttechnische Kaufsignale liefern könnte, das ist dann was anderes. Da geht es ja um Wochen und Monate, nicht um ein Investment. Sie ist aber viel teurer als Nvidia. Wer also heute sagt, AI, das ist ja ein Hype, das ist eine Bewegung, die hat gerade erst begonnen, wo steige ich denn hier ein? Der wird hier nicht die billigere Alternative finden. Wenn wir uns das auf Seeking Alpha mal anschauen, das hier sind die erwarteten, haben wir eben schon bei Microsoft gesehen, anhand der Schätzung, wie sich das PE, also das Price Earnings entwickeln wird, das KGV, nichts. Warum steht da nichts? Ja, weil 2,27 aktuell, und bitteschön, bei einer solchen Bewegung, wer will denn heute verlässlich sagen, wie sich das Ganze in drei Jahren entwickelt hat? Das erwartet bitte nicht von mir. Das ist eine so dynamische Entwicklung. Wer dir vor drei Jahren gesagt hätte, ja, da ist ChatGPT in drei Jahren, da ist OpenAI in drei Jahren, das wird passieren, und Nvidia, ja, ja, verzehnfachen, der hätte gesagt, ja, Meister, das sind ja alles schöne Träume und Visionen, aber welchen Kaffeesatz hast du denn gerade geschluckt? Das ist wahnsinnig schwer. Vielleicht werden sie 2027 ja dann Geld machen. Momentan haben sie eine negative Marge von 95 Prozent. Das heißt also, steigender Umsatz geht mit steigenden Verlusten einher. Ja, aber, ja, aber, und dann kommt wieder der Doppelpunkt und dann mal dir deine eigene Story aus, wo sie hingehen könnten. Und wenn du sagst, das übersieht der Markt, ist ja in Ordnung. Kann man ja machen. Nur Nvidia, das sind die Estimated, die gehen hier ein bisschen länger, weil man natürlich für so ein großes Unternehmen mehr Schätzungen bekommt. ja, 227, um das zu vergleichen, bei 29 und bei C3 AI 117, bei denen halt, weil man annimmt, sie machen da zum ersten Mal Gewinn und 29 wäre ja so unfassbar billig, also du müsstest ja kurz vor, jemand müsste dich aufhalten, nicht all in bei Nvidia zu gehen, wenn du für 29er KGV ein Wachstum von 70 Prozent und eine Marge, im Hardware-Geschäft Marge von über 70 Prozent. Das wird 2070 wahrscheinlich nicht mehr, 70 sowieso nicht, 2027 wahrscheinlich nicht mehr so sein. Irgendwann wird der Punkt kommen und dann wird das Wachstum sinken und dann werden die Margen sinken und dann wird Nvidia auch mal deutlich korrigieren. Nur, Stand jetzt, ist Nvidia im Vergleich zu diesem Unternehmen oder auch einer Palantir das deutlich günstigere Unternehmen, nochmal zum Mitschreiben, deutlich günstiger ist Nvidia hinsichtlich der Bewertungskennzahlen als Palantir, C3 AI, UiPath oder sucht euch irgendeine nächste AI Hot Story des Jahres raus. Nur darum geht es mir, dass man das im Hinterkopf behält. Ausflug ist vorbei. Was macht die Aktie von Nvidia? Inwieweit wird sie den Markt beeinflussen? Es ist flott, wie die Aktie jetzt gestiegen ist. Es ist meines Erachtens noch keine Fahnenstange. Ich glaube, dass sie in zwölf Monaten höher stehen wird. Wie bei den anderen möchte ich jetzt aber keine Empfehlung geben. Auf diesem Niveau, wenn man sie ein bisschen günstiger bekäme, dann wäre es angenehm. Ich habe Ihnen vor ein paar Monaten glaube ich gesagt, ich würde sie gern zu 500 Dollar nochmal kaufen. Wird wohl eher nicht passieren, es sei denn, wir bekommen eine massive Risk-Off-Phase, Crash, whatever, dann kann es passieren, dann werde ich gerne, oder AI wird als the große, the große, the big deepfake, schlechthin, war alles gar nicht so. Aber momentan sieht es ja nicht danach aus. Von daher, Nvidia an schwachen Tagen zu kaufen oder einfach zu halten, wenn man drin ist, auf Sicht der nächsten Monate, meines Erachtens, etwas, womit man wenig verkehrt machen kann. Und damit lautet das Fazit, große Korrektur, sehe ich nicht. Ich bleibe bullish für das Jahr 2024. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt im Juni, aufgrund der Liquiditätssituation, wir auch nochmal ein paar schwache Tage sehen, aber mehr als deutlich kann ich es ja nicht sagen oder bestätigen, fürs Gesamtjahr bleibe ich bullish. Was heißt, dass die Indexstände im Laufe der nächsten Monate, lass uns mal die Abrechnung November, Dezember machen, höher sein werden als heute. And that's it for today. Abschließend nochmal der Hinweis, wer nicht genug davon hat, wer auf die dicken Marktchancen, man muss ja dann auch ein bisschen was dranhauen an so einem Webinar, wer darüber was wissen möchte, am besten bei LinkedIn eintragen, ich sage euch dann dort Bescheid, wann es losgeht, wo es losgeht und für wen ich das gemacht habe, natürlich auch. Ist ja kein Geheimnis dann. Nochmal, ich freue mich einfach nur über die Leute, die teilnehmen, mir dafür jetzt eine Rechnung zu stellen über ein paar hundert oder ein paar tausend Euro. Das mache ich dann auch nicht, ansonsten begibt man sich nur in Abhängigkeiten und Unabhängigkeit ist somit das höchste Gut, was man hat. Das war's für heute, ich freue mich auf eure Kommentare und wir sehen uns hier am, heute ist Mittwoch, also nehmen uns nächste Woche wieder, am Montag. Freue ich mich, macht's gut, bis dann, ciao. Bäh, bis dann. bis dann. Vielen Dank.